mal sehen wie lange es braucht bis youtube und dinge alle hergestellt haben oder ob youtube mal wieder nicht herstellt ok bei dir ist schon leid oder mit youtube hat man mag dich mal wieder ich sehe schon gut zu wissen ich mag dich irgendwie das gefühl weil ihr youtube ist dann hat connectet bei mir weiß ich mich freut wenn youtube funktioniert hier das ist verständlich jetzt sollte es das sein für jeden normalen menschen warte 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 ich mag dich nicht keiner mag dich nichts mag dich nichts und niemand verwirrende scheiße hier stimmt ich hätte schon fast vergessen moment ich bin gleich soweit ich muss noch etwas einstellen richtiger nein ich bin ja da aber ich muss noch schnell interessanterweise da war es ein video immer wieder also warum jetzt ist es öffentlich aber warum ist es oben egal es ist es halt so er gut hatte man deutsch ist connected mal wieder und youtube mag ich nicht Warum funktioniert das denn bei dir? Das ist gemein. Mich ist doch niemand mag, ich siehst du es endlich ein, Marvin. Ja, sieht so aus. Ja, YouTube will nicht. Ah, das sind vier Parten, das ist interessant, äh, vier Knöpfe. Das ist ja schön, wenn wir keinen Ball kriegen können, irgendwie, keine Ahnung. Keine Ahnung, woher hast du denn den Ball von vorher? Ja, auf jeden Fall Dreieck, Adas X, schau mal, daraus müssen wir auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich habe es ungefähr verstanden. Ah, Laser, ich habe einen Laseraktiviert. So, wo ist der Laser? Ah, ich habe auch einen Laseraktiviert. Ich weiß, das tun keine Prägeln. Ja, aber die machen das nur ganz kurz. Komm mal hier hin, komm mal hier in den anderen Raum. Komm mal in den anderen Raum auf der anderen Seite. Dann brauche ich einfach bitte durch die Tür. Dann brauche ich die Mitte, genau. So, jetzt schauen wir mal, ob da oben eine Laser ist. So, stehe ich auf den Knopf, stehe ich auf den Knopf da. Ja, stehe ich den Laser in den, ähm, ja, in den Mond. Ah, ich sehe dich, halt auf. Ja. Woran soll ich denn? In den Mond? Okay. Da. So. Okay, so. Gewesen jedenfalls. Ah, das ist ein Würfel hier. Okay, machen wir das selber jetzt auf der anderen Etage. Okay, das ist der, das ist die Etagen wechseln. Wir beide gehen außen rum. Okay. Okay. Ich muss jetzt noch einmal hier rum. Komm, du bist doch mal hier durch. In die Mitte. Oh, stimmt hier nicht, ganz arg mal. Äh. Ne. So, wir sind jetzt auf jeden Fall. So, jetzt machst du hier wieder deine Portale. Okay, genau. Und du musst jetzt hoch. Okay, jetzt haben wir schon mal drei Würfe. Okay, jetzt haben wir schon mal drei Würfe. Okay, jetzt haben wir schon mal drei Würfe. Ja, zwei Würfel. Ja, dann tun wir die zwei Würfel mal dahin, wo zwei Würfel gebraucht werden. Genau, das ist eine der hinteren Türen. Vielleicht eine der. Nein, meine. Ne, das ist in der anderen. Das ist in der anderen. Weil du bist, du bist schon richtig. Du bist schon richtig. Warte. Bleib einfach da. Bleib einfach da. Bleib einfach da. Du bist schon richtig. Aber nicht richtig. Okay, cool. Ah. Geht da hinten durch. Ja, tatsächlich. Ich bin mit einer anderen Seite. Arsch. Und weiter. So. Ey. Dann, dann verfolgt mich jetzt hier die beiden Wälle. So, die beiden Würfel kannst du wieder mit raus bringen, bitte? Danke. Eins. So. Ja, YouTube. So, ich stehe hier rein. Du musst es dann wieder später nochmal bleiben. Aber da haben wir den dritten Würfel. und jetzt müssen wir die beiden bälle auf die andere etage bringen du nimmst deinen ball und du gehst durch die tür in der mitte und bringst ihn da auf die andere seite jetzt müssen wir zwei neue würfel noch haben einmal dreieck ja wir müssen die bälle noch einmal tauschen halber mal tag geht durch die mittlere tür das passt schon durch die mittlere tür ist alles richtig wir haben alle vier würfel das ist schon richtig so nein wir haben noch nicht das hier gemacht und noch da haben wir das haben wir vorher gemacht nur alle vier würfel wiederholen 3 eben deswegen war es mal was genau wie dann nimmst du genau ich habe den vierten genau nimm den einfach nimm einfach den würfel den du bringen nein in die andere richtung einen in die tür nein quatsch kommt zu mir kommt zu mir mit den würfeln kommt zu mir mir durch äußeren gar nicht die würfel durch die mitte nein nicht durch die mitte nicht durch die mitte nicht durch die mitte genau außenrum andersrum genau genau so das jetzt einmal hier hinten jeweils durch die tür dann helfen wir mal da muss ich alle einzelnen transportieren auch mal recht die mittlere tür und dann links eigentlich viel leichter als ich gedacht habe muss ich ganz ehrlich sagen ja haben wir so kompliziert gemacht als ob ihr das ob also wir zu den anderen wollen nicht drauf meinen würfel herzustellen ok weiter echt viel leichter als ich gedacht habe mhm so in deinem ernst geht natürlich was ich ja Hatte ich nicht 40 Follower? Geht doch bei mir, 40 sogar. Ich fühle mich nichts Neues mehr ein, als diese ganzen komischen Räume hinzumachen. Was machst du das gerade? Ja, das ist auch mein Spreng. Ich meine, ich muss kurz mal testen. Hä? Tf? Verwerbung von... Was ist denn für ne Scheiße? Was ist denn schwer? Ich weiß nicht, dieses Mal... Guck mal, das was wir vorher noch... Ähm, was wir nur gedacht haben, bis jetzt war. Es sind tatsächlich vier verschiedene Räume... Ne, nur drei, aber es sind nur drei verschiedene Räume. Guck mal. Du weißt, aus zwei Etagen, das sind insgesamt sechs Räume. Äh, what? Äh, wir müssen gegeneinander fliegen. Machen wir, wir müssen gegeneinander fliegen. Ich bin gleich da. Hi. Okay, das funktioniert. Wir müssen direkt aufeinander fliegen hier. Direkt aufeinander fliegen. Ich weiß nicht, auf welchen Plattform ich bin, weil ich bin irgendwie schon... Okay, wir müssen aufeinander fliegen. Okay, wir müssen auf die Katapulte. Ja, klar. Ich bin einfach drauf und flieg auf mich drauf. Moment, ich warte nochmal eine Runde. Und genau jetzt! Jetzt! Zu spät! Obwohl, geht, geht. Geht, geht, gut. Wir sind hier, also. Also, ich hab's gerade mal getestet, wegen dem Ansage-Dies. Kann ich auch mal was schreiben? Du hast den Läser, ich hab'n Läser, aber so. Okay, gut. Und dann mit zwei Laserwürfen, okay. Hey, dem kann ich auch mal was senden. Wer hat jemand was geschrieben? Wo warst du das? Hey, Alter, was soll das? Wir haben festgemacht. Ach, warum? Wieso ist mir das angetan? Dass er einen Zuschauer hat. Tja, du weißt schon, dass wir hier gerade beides streamen, ja? Ja, ja. Du auch. Ich könnte das selber aber nicht sagen, wenn du keinen hättest. Also, sei mal nicht so frech. Ich muss ich nämlich gar nicht mit dir zusammen spielen. War das nur aus Freundschaftsgründen. Und das ist kein anderer. Aber alleine... Ich möchte die Zuschauer gerne anbrechen, aber das... Aber alleine streamen ist doch nicht cool. Und ich werde es auch machen nachher. Ja, kannst du. Spätestens morgen habe ich mal Gothic streamen. Okay. Ich war... Das fliegt auf meinen Kopf. Los, tu es. Do it. Du hast echt geschafft. Komm mal! Lass ganz still. Ich stehe. Ich stehe ganz still. Kunststern! Nice! Steh auf. Nice. Geht nicht! Ach, geht nicht? Höchst. Nein. Ah, pass auf, ich geh rum! Sorge. Oh mein Gott. Das ist eine artige Angelegenheit. Das ist, wenn du mich irgendwie an so komischen Sachen stapeln musst. Und dafür sorgen musst, also Hoffnung, dass die nicht rumfallen. Kennst du das? Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ich gebe mir das so dreck. Das ist doch kommentar, den ich hier von dir gehört habe. Musiker zeigt. Nein! Blöde Tür! Wir müssen die Tür ermorden! Wir haben das Gute erst geschafft! Wir schirfen! Wir haben hier! Du hast uns unser ganzes Leben zerstört. Unser einziger Leben. Wir müssen die Tür umbringen! Vergewaltige, sie, schneid dich durch irgendetwas! Verwalt dich wegen! Du, bringst die Tür um! Ah! Hat aber dritt durch, aber winkt der Tür zu. Okay. Ah, halt einmal. Es gibt auf jeden Fall, glaube ich, wieder zwei Räume. Kann das sein? Ah, diesmal nicht. Okay. Ich habe das eigentlich erwartet von dem Herbsteller. Der, der immer so was gemacht hat. Hättest du das voll erwartet? Da haben wir mehrere Räume. Weil es gibt hier zwei Gänge, um zwischen den Räumen hin und her zu gehen. Einen da drüben, einen da drüben. Und beide davon füllen auf zwei verschiedenen Etagen. Und dann gibt es hier was dieser, den hinteren, den vorderen und den hier. Äh, wo kann man die Räume switchen? Guck mal, die hier sind auf anderen Etagen, die Räume hier, als die anderen. Sehr interessant. Aber das bringt uns ja nichts. Wir wissen ja auch immer nicht, wie wir es switchen können. Oh, ja eben. Es gibt aber zwei verschiedene Gänge. Gibt es einen da drüben und einen da hinten. Okay. Ich kriege aber einen von den beiden, wird statt dem Ausgang was anderes sein. Ah, okay. Ball. Geh, geh. Komm mit. What? Oh, der Kampfer. Hat den Ball zerstört, Mann. Das ist doch mal da. Jetzt kommt's losgekommen. Komm mal Ball. Na, geh nicht auf. Dann ich... Au. Au. Leine, beste Reaktion ever. Ja, ne? Ja. Du mich auch, Mann. Du mich auch. Ach, da ist der eine. Keine Raum. Da ist der... Nein, da ist der Ausgang. Ich möchte gar nicht erst wissen, wie. Ja, hier. Das ist eine andere Gekarte. Na, guck mal. Die beiden Räume hier. Hier läuft der Laser. So. Guck mal. Hier läuft der Laser. Sobald ich hier rübergehe, kein Laser. Ha. Es sind doch verschiedene Räume. Ah, okay. Das heißt... Das heißt, das heißt, hier. Okay. Wenn du da durchgehst, da ist kein Laser. Hier ist ein anderer Raum, ja. Das ist bloß interessant zu wissen, wie wir, ähm, das heißt, da ist ein anderer Raum. Ah, schau, da kann ich auch nicht. Wenn ich da jetzt hin, ähm, Ping-Tool, Ping-Tool dahin mache, dann, dann, dann tue ich komplett woanders hin zu zeigen. Oh, die Frage ist bloß, hier ist der Stammwort, da guckt man nicht weiter. Oh, sorry. ja sie können worüber switchen ja ich weiß es auch nicht ich frage mich auch der stampfer ist nicht das problem hat weil da kommen wir ja vorbei probleme ist dass das wird dass die tür dahinter ist du gehst nicht auch fahrrad leck den laser mal irgendwie irgendwo rein hat der lester grillt mich ab ein Augenblick mal einen Augenblick mal oh nein 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 bleibt hier Hä? Einen Augenblick mal, Marvin. Ja? Komm mal hierher, komm mal hierher, komm mal hierher. Hast du es gefunden? Nein, aber etwas viel Interessanteres, guck einmal. Der Raum da hinten, wo der Laser herkommt, guck einmal. Der Raum da, komm hierher, komm hierher, komm mal. So, guck einmal. Der Laser, der kommt doch da hinten aus dem Raum, siehst du? Komm, komm jetzt hier rüber, komm jetzt hier rüber, komm jetzt hier rüber. So, der kommt da hinten aus dem Raum, kommt der Laser. So, jetzt geh mit mir hier rein. Komm mit mir hier rein. Ja klar, wir wissen ja schon, dass der Raum anders ist. Nein, hier kommt der Laser raus, aber von hier kommt er da raus. Bedeutet, der Raum hier ist eigentlich da hinten. Ach, oh mein Gott, du hast recht. Die Räume sind vertauscht. Wenn ich jetzt hier reingehe. Nein, jetzt haben wir auch in den Laser, ha. Ach so, ich dachte schon, hä? Und so sind dann diese Türen, der macht immer solche Türen, wenn er sonst Wechsel hat. Das ist aber Verwirrung gewesen, alles. Alles. Ah, die sind wirklich bei mir. Hab ich aktiviert? Ähm, ja, den Würfel hast du grad aktiviert. Du kannst, du kannst den Laser wieder umschießen. Wir brauchen den grad da nicht mehr. Okay, welchen Würfel habe ich aktiviert? Kannst du mir da mal zeigen? Äh, hier bei mir ist ein Würfel aktiviert worden. Hier oben. Aber ich weiß nicht, wie wir da rankommen. Jetzt können wir mal schauen. Jetzt haben wir hier den Laser, so. Bedeutet, dasselbe mache ich jetzt mit der anderen Seite. Jetzt setze ich auch den Ball um. Ja. Na, das war natürlich so klug. Hat aber halt egal, was du gerade gemacht hast. Du hast, glaub ich, irgendwie den Laser gelöscht. Genau, stoppen. Ich hab den Ball nämlich weggetan. Jetzt müssen wir die selbe mit der anderen Seite machen. Neu gemacht. Also hier oben, ne, hier oben ist noch ein Würfel gespawter. Weiß noch nicht, wie wir da rankommen. Auf beiden Seiten gibt's auch noch runter. Wir haben auf beiden Seiten oben einen Würfel, nicht wahr? Richtig, aber wie kommen wir da hoch? Also, wir werden schon was einfangen. Irgendwie ist immer gut. Ah, wir hatten, wir hatten, wir nicht jump gehen? Ja, stimmt, stimmt. Können wir holen. Ich hab das recht. Oh, der einzige Sinn und Zweck dieser Map ist zu verwirren, weil man ja immer den so verwirrt wäre gegen diesen... Ja. Okay, dann geh ich nicht einfach rein. Dann brauch ich einen anderen Laser aktivieren. Achso, einen anderen Laser aktivieren. Klar, den kannst du von da oben lenken. Ähm, geh mal hier in den Raum. Geh mal in den Raum auf der Seite hier. Also, ähm, ich bin ja. Genau. Aber auf jeden Fall... Ne, nicht da, wo meine Portale sind. Auf der anderen Seite in den. Ach, andere Seite? Auf der anderen Seite. Und nimm den Laserwürfel mit. Ach, Laserwürfel ich mit, ne? Nicht den hier. Nicht den normalen Würfel, der hier ist. Der Laserwürfel ist da draußen. Achso, ja, hast du schon das auf der anderen Seite? Da jetzt einfach so. Hier zwei Laserwürfel. Wir haben so zwei. Auf jeden Fall da. So ein Drehen da drüben rein. Und hier. So, ich aktiviere jetzt kurz... So, genau. Und das leidest du jetzt um. Okay. Jetzt um. Da rein, oder? Da rein. Auch über das Hütchen. Auch über das Hütchen, bitte. Auch über das Hütchen, bitte. Auch über das Hütchen, bitte mit allen. Ja. Okay, klar. Mach an. Ah, das geht nicht. Was ist denn von da drin? Da mach sie eben mit beiden Laserwürfeln. Da mach sie eben mit beiden Laserwürfeln. Da zuerst das Hütchen wieder her. Du hast noch zwei Laserwürfel. Ja, was du gerade gemacht hast, mach es nochmal. Gar nichts gemacht. Geh zurück. Nein, nein, nein. Passt. Mach es mal. Passt. Genau. Okay, gut. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt mal in den anderen Raum. Dasselbe dort. Okay. Nein. Das sind Würfel noch da. Du hast doch noch einen anderen Würfel. Du solltest das stehen lassen. Mann. Ey, wir hatten doch den. Nein. Das andere steht doch. Nein. Das geht zurück. Das geht zurück. Oh, stimmt. Scheiße. Okay, tut mir leid. Ja, das ist verwirrt. Scheiße. Ich habe den Würfel nur schon mal ausgerichtet, weil jetzt noch sehr leise an. Wenn ich es jetzt richtig eingestellt habe, dann geht es schon. Ah, siehst du, geht schon. Ah, ich glaube, ich muss es gerne. Dann muss den anderen. Dann muss den anderen. Dann muss den anderen. Nein. Oh, ja, stimmt. Ja, stimmt. Hast du den Würfel überhaupt richtig da hingestellt? Ah, doch. Nein. Ja, okay, wir haben zwei Bälle. Springen wir jetzt mal kurz. Wo brauchen wir denn Bälle noch? Wo brauchen wir sonst noch Bälle? Also frag. Ich springe die ganze alleine hin und her, wie dumm. Ich springe den Ball bitte. Habe ihn. Nimm bitte. Na, ein Stück Arbeit erlegen, in die Richtung. Hallo, komm bitte. Danke. Dann bringen wir schon mal den restlichen Würfel und so hierher. Die restlichen Würfel und Laserwürfel dieser Welt haben sich auf ausdrückliche Anforderungen von Hadamard sofort bei diesem auf den Twitch-Kanal zu melden. Vielen Dank. Alles klar. Wir haben ja noch einen anderen Laserwürfel. So, den hole ich auch noch, so. Äh, Hadamard, wir brauchen, wir brauchen noch einen Punkt. Punkt ist der Laser. Punkt? Punkt ist doch weiter. Ist der Laser! Achso, naja, okay. Das sag ich doch. Ja, passt. Äh, ich frage mich nur... Hier sind zwei Dinge. Ach nein, achso, naja, das ist die Tür. Das ist eigentlich mit dem anderen Raum, also mit dem Skampfer. Ist das nur so Ablenkung oder wie oder was? Anscheinend, ne? Anscheinend. Oder schau, vielleicht ist hier jetzt offen. Lass mal... Lass mal zurückgehen. Lass mal zurückgehen. Lass mich jetzt. Manchmal habe ich das Gefühl, wir Pizza-Chips haben die gesamte Sunburys-Reihe nur deswegen gemacht. Ach nein, pass auf! Man kommt dann nur vorbei, wenn man da durchläuft, wenn der gerade nach oben geht. Auf jeden Fall eben nicht. Ach, ach, schau mal da. Ach, ach, schau mal da. Das ist nur ein leerer Gang mit einem Mannequin. Das ist nur ein leerer Gang mit einem Mannequin, ich weiß. Genau. Das hab ich schon gedacht, dass ich... Auf jeden Fall, manchmal habe ich echt das Gefühl, der macht die ganze Sunbury-Tamper-Reihe nur deswegen, um Leute durcheinander zu bringen. In Rätsel, die eigentlich gar nicht so schwer sind, aber es muss uns entscheiden lassen. Da hast du, glaube ich, recht. Mal, wie lange wir zum Beispiel für den letzten Raum in Sunbury-Tamper 14 gebraucht haben. Das war echt nicht schwer. Wir mussten ein paar Würfel umlegen, ein paar Tasten-Konventionen aufprobieren. Und Knöpfe mag er übrigens sehr, weil davon findet man unzählige hier. Aber, ähm, ja, schwer war's nicht. Also, ja. Ja. So sieht's aus. Ich hoffe es. Und wrist mich sehr entfäuscht. Gy aren't los. Ich läuft dann noch. Und... ... Und at... Läuft dann. Nice. Moment, oder was. So komisch wäre es. Ne, Würfel. immer hier durch durch haben wir dir keine nacht was hast du gedacht ich dachte dass ein typ sagt hey das warst du ja aber ich dachte da kommt jetzt wieder so ein weist schon text-to-speech ansage ich dachte ich habe mich gewundert warum hast du dich nicht gewundert und hast du auch das gleiche ich habe dass du das nochmals wenn ich bin für so etwas was ich will mal auf die platte ach hat er es wieder gemacht mit diesem getauscht und tauscht als wenn er nicht an er hat immer auf Prozent und man der Linie Aktivier mal diese Linie. Ja, aktivierst du doch von da oben. Ach so. Oh ja, tatsächlich. Du, und dann aktiviert die Linie da. Dafür brauchen wir eh noch zwei andere, also das geht nicht. Zwei andere? Und was sind die zwei andere? Wir müssen zuerst das mal aktivieren. Und dafür brauchen wir den Knopf, dafür brauchen wir den Laser. Haben wir den Laser? Wir haben doch einen Laser, da ist doch einer. Ja, wir haben keine Möglichkeiten umzulenken. Ach so, stimmt. Komm mal hierhin, komm mal hierhin, komm mal hierhin. Komm mal hierdurch, nein, hierdurch. Aber auch gerade gedacht, war das wieder für den vertauschten Raum, äh, vertauscht? War schon mal. Total da. Sind wir eigentlich schon so weit gekommen gewesen, oder was? Gehen wir mal auf der andere Seite, geh auf mal, gehen wir mal auf den andere Seite. Weiter durch die Mitte, weiter durch die Mitte, weiter durch die Mitte, weiter durch die Mitte. Weiter durch die Mitte, nein, weiter durch die Mitte! Genau, hier. Macht das noch nicht? Durch, genau. Ja, glaube schon. Auf jeden Fall. So, hier, dann steh ich jetzt auf den Plattform, steh ich auf den Plattform, steh ich rein, bitte zurück, geh zurück und steh ich auf die Plattform. Auf die Internet? Hier auf die Plattform, steh ich hier auf die Plattform, ja genau. So, hier rüber gehen? Na, sag nichts, aber okay. Sonst, der wird auf der anderen Seite. Auf. Bleib schon mal auf die Seite, oder? Ja, auf der Seite kann ich ja nichts machen, da kann ich ja wirklich Brücke aktivieren. Auf, ey. Bleib auf der Seite! Ja, wir haben's geschafft! Wir haben, wir haben Ball, Thierry. Ja. Gut, dann ist jetzt, das ist jetzt an der Zeit, dasselbe mit der anderen Seite zu tun. Wie immer. Hashtag normal day. It's a normal day. Komm, komm. Das macht aber kein Unterschied, klar, aber das macht keinen Unterschied, ob man durch die Mitte geht, oder nicht. Ich weiß. Aber jetzt komm hier rüber und, komm hier rüber! Ja. Das war ein rotes Portal. Rot. Aber so, jetzt lass ich dich hier wieder hoch. Genau, ich muss jetzt kurz auf die andere Seite. Ähm, muss ich hier hoch? Schon, oder? Ja, musst du. Ja, krass. Uh, rade, rade mal. So, ich muss jetzt mal. Hä? Hey! Du musst noch mal. Du musst noch mal. Du musst noch mal. Dann drung. Okay, gut. Wir haben beide Balls, wo wir die legen nochmal in die beiden Behälter. Immer diese, immer diese Bälle mit ihren komischen Selbstrollen da, richtig schlimm. Ich weiß. Ich will mich in einer Kritik nur anschließen. Full Stance. Geh auf den Top auf der anderen Seite, geh auf den Top auf der anderen Seite, geh auf den Top auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite, ja, ich denk nicht, genau. Was sagtest du? Wir haben zwei Laserwerfleer. Ah, ok. Ich weiß gerne, wo wir die bräuchten. Da oben, das sieht so aus, als würde es da weitergehen, hier. Hä? Ja? Nächste logische Frage, wie kommt man da hoch? Wie können wir die Laser da hochlenken? Was ich mich auch frage, ist... Oh, ähm, nee. Geh mal auf der anderen Seite, geh mal auf der anderen Seite, geh mal da hinten in den Raum. Geh mal da hinten in den Raum bei dir. Geh mal da hinten in den Raum bei dir. Geh da hinten, nein, nein. Ach, du sollst schon da reingehen, hier. Also weil, weil ich... Lass mich hochfahren mit der Platform. Mit der Platform hochfahren. Äh, ja, mach ich. Ja, genau. Hallo Lamott. Jetzt gehst du genau auf der anderen Seite und ich auch. Au! Okay, ähm. Okay, du auf der anderen Seite, mach doch das selbe. Okay. Okay. Ja, hin und drück den Kopf. Oh. 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 Hey, nee, ich... Wir kann nicht... Ach, so ein Verkrieg. Wir müssen ja mal nicht kommen. Ich bin schon im richtigen Raum, ich warte noch dich. Du musst nicht komplett ausdrucken. Warum nur? Wo sie immer die Artenwege laufen. Ich glaube, das ist so anstrengbar. Das war jetzt einfach. Ich hab das Gefühl, wenn die... Lächter werden einfacher, statt schwerer. Aber sagst du da nicht? Ich glaube, wenn man das Konzept verstanden hat, sind die Maps hier alle ganz einfach. Weil die sind alle sehr ähnlich aufgebaut, irgendwie. Ja, aber die anfangs Maps waren irgendwie voll random. Die ersten Summary Chambers, die waren voll random. Und jetzt auf einmal kommen solche immer... Immer solche, wo die Räume so bisschen gegenüber so immer so ein bisschen vertast sind. Vorher waren es auf verschiedenen Etagen, jetzt auf verschiedenen Seiten, also... Ähm, ja. Das ist jetzt mal was anderes. Was ist was anderes? Ah, ja. Ne, das ist auch noch auf verschiedenen Seiten. Echt? Wo ist denn die andere Seite? Die eine ist da, die andere ist da. Ah, ok. Ja, aber das ist ja... Da ist ja nirgends eine Cloud. Nein, nein, stell ich mal hin. Okay. Okay. Er hat schon wieder so ein Wink. Yeah. Das war auch mal... Kommt auch schon ewig... Kommt auch schon ewig hin. Kommt auch schon ewig hin. Hallo, Matt. Ich glaube, soweit waren wir schon. Oder im Wasser, Matt. Oder? Aber echt nicht damals. Stimmt. Komm da hoch. Wir springen da hoch. Wir springen auf dem Gel hoch. Mach ich. Moment. Zu dir? Oder da rüber? Nein, da rüber. So. Oh. Hier ist ein Knopf. Knopf. Ah, der macht das auf. Und noch ein Knopf. Der macht für dir das auf. Nächster Knopf, nächster Knopf. Oh, lol. Okay. Hä? Ah, wir haben die Seiten. Genau. Da ist ein Teleport. Ich dachte schon. Ja, was bringt der Knopf hier? Wollen wir eben einen Ball getriggert und was ist jetzt aus geworden? Weiß ich nicht. Okay. Geh mal kurz den Laser reinlenken in den Loch. Ich glaube, muss ich weiter. Machst du so vorne an der Ball? Hä? Hast du den Ball zwar? Ah, okay. Warte mal. Da kannst du runter. Den Ball brauchen wir. Was kann man das deaktivieren? Ist er irgendwas? Kann man das irgendwie deaktivieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm. Ist da oben noch irgendwas bei dir? Ah, ich kann nur noch irgendwas machen. Ah, Mann. Jetzt ist es immer. Schau mal rüber zum Laser. Jetzt wird nach oben zum Button. Also, wo da wurde der Button. Wo der Knopf... Ich kann dir selbst davon auch verlieren. Ich kann dir selbst davon auch verlieren. Ich kann dir selbst davon auch verlieren. Dann kann ich dich auch holen. Ja, gut. Dann lass mal... Ja, gut. Einer von uns beiden kann immer runter und kann dann den anderen immer quasi wieder hoch lassen. Dann machen wir es immer. Ähm. Das heißt... Das heißt aber, dass wir nicht zu uns gegenseitig kommen können. Kann das sein? Äh, hat er was? Drück mal deinen Knopf. In welchen Alene? Ja, genau. So könnte ich jetzt zu dir kommen. Wenn ich jetzt meinen drücken würde, dann könnte ich rüberlaufen und zu dir springen. Aber das bringt nichts. So schnell bist du nicht. Doch. Wenn du sagst, dass klar geht, dass er in Weidem einfach wo fang... In Weidem einfach rüber springen, das stimmt. Ja, klar. Aber das bringt es, glaube ich, nix. Mein. Das andere will mich zum Tod füllen. Äh, dich. Alter, was bringt das? Keine Ahnung. Ich glaube, das macht die Türe da, oder? Das ist das, was wir machen. Und was macht dann der... 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 Das... Das... Das Laser-Ding? Ach, die Lichtbrücke da. Äh, leuchte mal da rein. Vielleicht macht das das auch noch? Ne. Ähm... Lichtbrücke. Ah. Ah. Ah, ah, ah. Äh, warte, vorsichtig. Nein! Nein, nein! Was machen wir? Versuch mal, mal. Lass mich mal wieder hoch. Ja. Ja, ja, ja. Moment, Moment. Warte mal, du kannst dich ruhig schon. Mach folgend. Stell dich ruhig noch ab. Habe ich noch ab. Mach doch noch mal kurz runter, weil... Muss noch mal kurz runter, weil der Baller noch nicht fährt. Ja, aber das funktioniert ja nicht, dann bliege ich ja auch runter. Ich muss kurz springen oder so. Und dann, wenn du springst, dann hält sich das noch mal ab. Aber solange ich den Laser mit mir drehe, sollte alles gut gehen. Los, lass dich schaffen. Ach, Mann, ich... Stell dich ganz knapp. Stell dich ganz knapp. Stell dich ganz knapp. Nein, ich geh noch nicht. Ja, ja, hab ich ja vor, Mann. Ist es so weit, okay? Es geht. So rein. So rein. Willst du das schreiben? Ich... Ich... Ach, sorry. Kann ich aber einfach hochfahren. Kann ich einfach hochfahren. Oder ich spring wieder so rein. Hallo, ich kann dich doch einfach hochfahren. Kannst du nicht? Ist ich hoch genug? Nein, ja, ich geh halt wieder sofort ab. Das ist mein fucking Ernst. nur zu deinem in der hinteren Bereich immerhin ja geh du mal drauf ne Quatsch geh weg von dem Knopf geh weg von dem Knopf ich weiß nicht was so vorgesehen ist aber jetzt fahr ich einfach hoch fahr ich einfach mit dem Ball hoch nein hast du den Knopf jetzt geglitcht oder so? ja erscheint ist immer unabsicht ja sei vorsichtig ja sei vorsichtig nice stirb 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 jawohl ich will die Kamera rasten auch keine Kamera nicht rasten ich will die Kamera rasten nein Ball das Ding hier wird nicht mehr zerstört ja das Ding wird das Ding äh tut es nicht wird nicht mehr zerstört ja stimmt ja ja das stimmt ja war ja so bevor schon war eigentlich ein bisschen kurz eigentlich hat ein Daumen runter geben das war mal bevor auch keinen Daumen mehr weder hoch noch runter und man kann keinen Daumen in die Mitte geben in die Mitte ja sowohl hoch als auch runter meine ich damit ja ja du nix angibst also du gar nix sagt das ist ja quasi Mitte sonst ist es nicht gut genug verleiten und schlecht trotzdem man soll es vor immer reinbauen nee dann sollte man schon zweifel die Daumen einbauen wenn sich ein von Mitteln mit Tendenz nach oben und ein von Mitteln mit Tendenz nach unten ujahr da stehst du so von wegen zweite von oben zweite von unten ah all das ist ja über die Knopf ja das könnte man noch mal machen könnte man noch mal machen wäre doch eine gute Idee fuck ah ok oh nein warum laufe ich da hoch da muss der Löffel runter fällt mir gerade auf Prozent Prozent wenn ich da durch die Kommen wieder nach dem anderen Raum ja Aachen es ist eine Idee in den Typen ich habe hat nicht mal sofort riechen bitte ein bisschen weiter um ok was nützliches irgendetwas wollte fliegen nicht was mich hast tun ok ich finde mal raus wie man in einem Raum kommt geschafft herzlichen Glückwunsch ich fliege langsam nach unten das muss noch gar nicht also wenn man gegen richtigen Rechter fliegt dann fliegt man langsam nach unten lol ganz vorteil verwendet was macht er da mit? Kann man langsam nach unten fliegen wer ist das gerade gemacht? wenn ich kurz hier rein gehe dann fliege ich langsam nach unten ganz ganz langsam ganz ganz langsam hallo seht mich an seht mich an mhm jetzt haben wir das hat er mal unterwegs auf einem ach man 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 melodie verstehst du ich kann backwärts sagen Glitch da ist ein riesengroßer unterschied zwischen gut dann schaffe ich den Glitch gerade nicht glaub mal das sieht irgendwie die Tür sieht irgendwie cool aus weil die irgendwie noch so so eine coole Scheibe das sieht ja geil aus da ist die Scheibe schwarz interessant interessant ich frage mich was hat er mal da probiert weil er wieder eh hinspringen kann da fliegen wir gefunden nur von der Klappe da fliegen wir gefunden nur von der Klappe was ich tue ist tatsächlich nach da drüben gelangt guck mal sieh und staune sieh und lerne ich fliege hier hinter ja ich bin hier drin aber da kommst du da komm ich runter da komm ich runter da komm ich runter ja aber nicht da runter ja aber ich muss doch klar das geht das ist nur kurz hier in der Strahle so weil jetzt fliege ich langsam runter und ach man ich hab vergessen zu kriechen aber man soll warte mal lass mich kurz mal zeigen lass mich das kurz mal zeigen ja machs gut weil erst fliege ich hier rein mhm fast durch den typischen Litch dann geh ich kurz in den orangenen Strahle dann geh ich langsam nach unten und währenddessen geh ich hier so ha so ich bin hier oben ha 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 was bringt uns jetzt und liefern mir irgendwie den Würfel keine Ahnung liefern mir ihn einfach liefern mir einfach setz dich als Ball da rein dann haben wir den Würfel nein du musst auch noch da rum Scheiße aber auch oben ein Kopf ist Kugel das muss funktionieren Schmerzen was für Betrug was für Betrug was für Betrug was für Betrug das ist echt nicht schlimm mein Kopf ist eine Kugel das muss funktionieren wie geil ja stimmt doch stimmt doch stimmt doch das ist normal aber da ich mir verstehe mich hat warum nicht aber wenn du wenn du Ding findest wenn du ähm ähm mhm Laserfinde sagt neu Bescheid hey got a real play dann bitte aktivier mal die Lichtbrücke da jetzt aktivier mal die Lichtbrücke im anderen Raum nach den Knopf drück einfach den Knopf drück einfach den Knopf wir sind noch übereinander so jetzt sind sie alle Lichtbrücke nicht wahr äh ja ah wir haben feinlichtbrücken eine gemacht lol nice feinlichtbrücken gleich ein uuuh schabel ich drücke wow ach komm das sah voll nice aus so gibts endlich zu ja was wird nichts bringen wenn wir keinen Laser haben ah ah aber ich weiß doch keine Ahnung ich hab doch keine Ahnung wo wir eine Laser herkriegen Mann er hat keinen Plan er hat keinen Plan denn er ist nicht schlau genug jetzt geh mal da hinten durch die Tür durch da hinten an da du musst die ah lol ich dachte das geht ach so das sind wir hergekommen so aber die Etage wechseln aber dann ist doch bestimmt du musst die Etage wechseln und dann durch die Tür da hinten wechsel die Etage die Etage ja klar durch die Tür da hinten hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir so ne du musst auch nochmal wechseln du musst nochmal wechseln du musst nochmal die Etage wechseln du musst durch den Meer kommen und dann nochmal die Etage wechseln jetzt nein die andere Richtung die andere Richtung andere Richtung andere Richtung andere Richtung sage ich doch man einfach an mir vorbei durch die Tür man hat da war ich aber schon drin dass die Tür geht auch auf wenn du nicht auf den Knife links links und einfach nerven warte stopp 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 Ich glaube, das stimmt. Was ist jetzt schon wieder los, Marvin? Moment. Kreativ. Kreativ.com So, jetzt. Kreativ.com So kreativ wie nie zuvor. Oh, das sollte ein Witz sein. Okay, warum bin ich liegen geblieben? Ach ja, genau, da war halt ne Laser und das geht nicht auf. Und das geht nicht rein. Geh trotzdem mal rein, schau. Ist da nicht irgendwie ein Geheimgang oder so? Nö. Mann, komm schon. Das ist aber uncool so. Das, was ich einstellen habe. Okay, dann will ich ja einmal etwas Interessantes einbauen. Warum nicht, hä? Warum nicht, hä? Sag mir doch, warum der Entwickler nicht etwas Interessantes eingebaut hat, ne? Sag mir das, sag mir das. Ich weiß es, du es weißt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, hat er mal. Ich weiß es nicht, hat er mal. Aber ganz davon abgesehen, dass sie nirgends Bälle sind und, und, und. Kein einziger. Doch da stimmt, da ist ein Baldispenser. Aber kein einziger Laser ist hier. Nirgends. Das ist nicht so. Nirgends. Das ist nicht so. Wir fliegen und fliegen und langsam gehs hinunter. ein scheiß würde ich dir sagen jetzt geht es wieder hinauf es ist halbwegs witzig ich wiederum noch mal meine aussage es bringt ich weiß noch mal was kann man immer hier oben hin das wiederum wirklich im scheiß bringt mann zugegeben was ist denn das gib mir mal einen scheiß, ja. Warte, das ist ein Wurfe, das sieht man ja aus. Du hast zugegeben. Gib mir mal einen scheiß Marvin, gib mir sofort was hat er ernsthaft so gesagt, Hilfe. Ich fühl mich ja richtig von mir selber bedroht ich will den, ich will wissen, dass es für ein Matten ist. Komm, ganz ruhig, ganz brav. Da hab ich Probleme, ich bin's nun mal. Na und? Sorge, ich hab keine Vorteile, außer das von dir persönlich, aber ansonsten. Das ist wirklich zwei Männer jetzt hier spielen. Es kann ja sein, dass es, dass jetzt jemand, dass sich noch Mädchen dran gesetzt hat und ein Jungen oder so. Könnte ja sein. Das hat uns halt nicht ab, durch Discord. Weißt du doch, hast doch selber eben noch gesagt. Durch Discord, mit Steam-Up-Görder-Steam-Laders weiter. Unaputure-Science, verstehst du? Das stimmt. Das stimmt. Aber. Logisch. Okay, das ist auch ein normaler, das Fenster. Äh, normaler. Das sind beides. Beides sind auch gleich und ich hab keine Ahnung wie es weitergeht. Hast du eine Idee? Nein. Nein. Und du, zerquetsch mich. Zerquetsch mich. Zerquetsch mich. So, dass ich überlebe. Zerquetsch mich einfach. Fahr da nochmal. Ach, Mann. Kann sich nur eine Tür fest wagen, aber ansonsten geht da nichts. Aber kein... Wohl. Es gibt keine Möglichkeit dieses Level zu schaffen. Es ist unmöglich. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist auch irre Gerücht, weil einer doch war. Wada, Mann. Das Level ist unlösbar. Ich hab noch eine Idee, hab ich noch. Geh mal auf den Knopf hier. Komm mal runter. Komm runter. Das wird noch dasselbe sein, wie in der... Das wird noch dasselbe sein, wie in der... Das wird noch dasselbe sein, wie in der... Auf der anderen Etage. Das war schon drauf. Aber wir müssen ja irgendwo ein Laser herkriegen. Wenn das hier nirgends ist, dann probieren wir den anderen auch noch aus. Ich weiß nicht, ob in welchem... Du musst... Mal ab, bis ich unten bin. Uuuh. Uuh. 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 Ich falle. Uuh. 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 Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Okay, dann tauschen wir immer noch die Plätze. geht euch einmal mitte durch und dann dann geht es doch ein was da drin das ist kein kompliment ist eine beleidigung weiter gerade ist es zu mir stand auch texturiert das teiler dieses kleine okay hat er mal ein besuch mal erhält das obere Ding da reinzuleuchten das ist die Lichtbrücke wie auf die Lichtbrücke gehen sie auf die Lichtbrücke ermabeln ja auf die Lichtbrücke ok Moment ich muss kurz nehmen das Ringers Card fliegen mit wie die Card so da ist doch mal satt und mit ey du hast die doch bei dir deswegen nimmst du die ja mit ach so ok ich nehm sie kurz von hinten haha der war gut ach 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 eine Roboter würde es wahrscheinlich echt witzig finden weil die keine Ahnung haben zwischen Witz und Trauer und sonst was zu unterscheiden und Geo wahrscheinlich auch oh du lecker klar das ist bloß wie wie ein Baum oh au sorry Alter das ist lazy der lasert dich das hab ich noch mal warum du davon nicht ach ha 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 lustig also jetzt lass das selber tun wie immer ich hab ne Idee wenn du nimmst den Laser einfach während du dich so davor so drauf schmeißt und dann nimmst du springst quasi stellt sich quasi so davor und dann nimmst du ihn dann das hast du die ganze Zeit voll in der Fresse da hast du die ganze Zeit voll in der Fresse dann können wir uns damit wegwagen dann geh wieder außenrum dann geh wieder außenrum genau da durch die linke natürlich genau komm hierher kennst du er kennst du er kennst du er auf au 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 schaust du es machen also sprung, glam und E und du bist voll in der Fresse haha ok kannst du bitte da auf der Kale auf mach mal sinnvolles du Jod ok ist doch sinnvoll ok so kann ich nicht arbeiten ich hab dir was erklärt hat damals und ich das hab ich nicht für mich gemacht ja ja immer dieser Ausreden doch reagiere ja 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 alles klar natürlich tust du das natürlich das ja du hast schon recht natürlich tust du das nicht aber das weißt du das soll ja mein Vater nicht das kann man ja wissen so gib mir den Laser gib ihn gib ihn gib ihn an mich hier in einer Sekunde haha du du Arsch du sagst mal so wie den Laser geben du hast nicht gesagt dass es dir die Katze gibt also ja du äh du ähm ähm ich hab's dir den Laser gegeben ich dachte du wolltest doch ein Laser nicht das Laserteil das Laserteil halt wegen die Kerze das ist ne Kerze verdammt nochmal Laserkerze also das ist eine Blockkerze eine undexturierte Kerze irgendwas irgendwas Unkreatives so wie der Web-Ersteller das stimmt sogar ja definitiv so jetzt müssen wir alle jetzt müssen die beiden Wör-Bälle wir uns auf die andere Etage bringen ja mach ich auch aber bring wen durch die Tür in der Mitte auf die andere Seite wir haben auch den beiden Würfel damit nice ok da haben wir es dann weil ich glaube irgendwo ist doch der aus wo waren der Ausgang wahrscheinlich ist der Ausgang hier oder? nein der Ausgang ja dann mal mal was noch erleben müssen wir sind auch da oben ey halt mal zu geh auf den Knopf gehen geh auf den Knopf geh auf den Knopf geh auf den Knopf ach so ja hier kaka war das halte ja ok Plätze tauschen warte kommt komm kurz zu nein du musst ja auch mal die Seite tauschen genau 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 gib mir den Ball gib mir den Ball ich brauch den ich brauch den du Idiot nein komm zurück komm zurück komm zurück gib mir den Ball jetzt stell ich auf den Knopf stell ich auf den Knopf ok ok so was haben die Ballets gemacht? können wir einfach hinspringen an die oberen Hose und jetzt ah ja stimmt ok nein da oben ist schon ach so genau ok dann Ball ist das und was ist die andere Seite? ich mein da können wir jetzt auch durch da geh ich jetzt durch ok jetzt soll ich auch schon wiederholen das ist unser eingangsbereit ja soll ich den Ball erholen das ist doch gerade gewesen da haben wir den Ball hergeholt also da habe ich den Ball hergeholt so ähm auch in einem anderen Raum auch in einem anderen Raum auch in einem anderen Raum also komm schon einmal hier durch so dann jetzt hier durch und dann durch da durch hä hattest du nicht hier einen Würfel drauf gelegt? das 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 hatte ich schon aber daher habe ich den Ball schon genommen von deswegen habe ich den Würfel auch wieder runter genommen ähm äh was? ich habe den Würfel wieder runter genommen weil ich den Ball schon genommen hatte vor dem Ort äh nein da ist kein der Ball steht da noch drauf ist noch offen ich habe den Würfel von der anderen Seite du Idiot den habe ich schon wieder drauf weggenommen ach so auf der anderen Seite habe ich den Würfel noch drauf gelassen auf der anderen Seite habe ich den Würfel noch drauf gelassen auf der anderen Seite wurde anscheinend ein Ball gespawnt doch ich bin nur auf einer Seite den gekriegt habe bis jetzt aber den Würfel können wir eigentlich wieder runter nehmen das ist ja nur unser Eingangsbereich und da haben wir das jetzt schon rausgelegt ich kann nicht Moment Moment ich komm sofort du musst den Würfel wieder da hoch legen du musst den Würfel zurück bringen du musst den Würfel zurück bringen du musst den Würfel zurück bringen ok Ben sag ich doch hast du genau ja dann musst du es schon reinlegen danke ok brauchen wir zwei Bälle ja ok haben wir einer ist da drüben da war es da drüben da war es da drüben Nice 1 der letzte ist aber noch im Eingangsbereich kann das sein haben wir den nicht schon rausgeholt lachte ich auch aber anscheinend ah nein aber ich glaube der liegt noch in den in diesen äh Rollen da geh mal in den Raum da rein gleich gleich ja ich muss kurz hier durch ich muss nicht ich muss kurz hier durch ich muss kurz hier durch lalalala ja das war ich muss aber jetzt ich muss aber jetzt werden müssen auch ein bisschen Zeit aufhören und jetzt genau jetzt weil wir haben die neuen März schon geladen wir schon kommen wieder ein paar Minuten und verzeihend und brauche ich wahrscheinlich weniger trotzdem er muss dann erwacht jetzt an aber ich mache ich werde jetzt bin ich habe es sein wenn er in den Arten war ich so ist leichter gleich 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 äh shutdown wind not visible hier ist es ja ich habe schon gedacht wo ist das weil ich habe nämlich hier shutdown wind not visible und hier shutdown wind not visible ah hier refresh browser when ja perfekt das muss rein das jetzt ja jetzt jetzt funktioniert das auch sobald ich die szene lade wird das ding auch wieder neu geladen perfekt das ist meine das ist was ich erreichen wollte aber ja wir machen weiter nach den 20 Minuten also kurze Pause dann Aufrä� sch Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, sowieso nicht. Ich wusste doch, dass du vernünftig bist, also. Noch nicht. Ein paar Restenszenen haben was zu tun. Dann bis dahin mach ich's auch noch. Oh, das ist mal kreatives Webdesign, sag ich mal. Aller ersten Mal. Ne, seit Ewigkeiten. Was tut was? Trimmt. Kreatives Webdesign. Zumindest da oben. Laser! Laser! Geh! Geh! Na los! Der Strasse! Geh! Der Strasse! Blutes! Was auch immer. Mann. Steck mal drauf. Steck mal drauf. Steck da drauf. Sofort! Okay. Du hast den Fahnda noch abgepasst. Hast du den Fahnda noch abgekastert? Hast du den Fahnda nicht mehr abgekastert? Dann hätte ich einen Grund, glaub ich, Trassen. Mich war so egal. Okay. Warte mal, warte mal. Dann hätte ich wieder so eine Doppelraum-Inception gemacht. Bisher seh ich noch keine. Steck nochmal da hin. Steck nochmal da hin. Steck nochmal da hin. Okay. Super lustlicher Raum. Hey! Ups. Ah, du kommst raus. Steck nochmal hin. Steck nochmal hin. Steck nochmal hin. Kannst du da oben ein Portal machen, nicht wahr? Ja, mach da hinten ein Portal. Ganz hinten bei einer der beiden Türen. Ah, ja. So, mach jetzt das da unten bei dir. Ähm, Quatsch. Mach das hier. Ne, ähm. Mach das bei dir. Ne, genau. Lass das da. Genau. So. Jetzt warte, warte auf mich, warte. So. Jetzt gehst du durch mein Portal. Geh durch mein Portal. Durch mein Portal. Ja. Genau. Steck da rauf, steck auf den Knopf. Steck da auf den Knopf. So. Jetzt kommst du hier runter und steck auf den Knopf. Wie komm ich jetzt denn da her? Ne. Ähm. Kannst du mich da rein schieß? Kannst du da reinkommen? Ja, ne, hier ist in der Batschenskrieg. Mach doch dein rotes Portal hier. Mach doch dein rotes Portal hier. Mach doch dein rotes Portal. Ich. Ah. Ach so, du sollst vorher reingehen. Ach so, ah. Dann muss noch mal, okay, muss noch mal das Teil wiederholen. Nämlich steh ich noch mal hier. Steh ich noch mal hier. Steh ich noch mal hier. Quatsch. Du musst noch mal da hochgehen. 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 Wenn auch. Steck da auf den Knopf. Ja, wieder. No. So. Okay. Da gibt's noch ein Laser. Sollten wir den nicht auch mal aktivieren? Dann stell ich noch mal hin. Ja, aber ich kann ja nicht hinterher. Stimmt, aber ähm. Ach nee, Quatsch. Da musst du vorher rein, aber da kannst du ja gar nicht, weil da gibt dein Portal. Hä? Bin verwirrt. Trink'n das Fieck. Ich bin irgendwie verwirrt. Warte mal. Trink'n das Fieck. Ja, den Laser können wir ja nicht dahin lenken. Weiß ich nicht. Doch. Ach so, steh ich auf den Knopf. Steh ich da oben auf den Knopf. Steh ich da oben auf den Knopf. Ja, hab ich ja gemeint. Na, oder? Hab ich ja gemeint. Ah, ja. Ich glaub' du musst deine Partei lehren. Oh, Harald. Partei, Partei des Gel. Auf die Treppenstufen, dann können wir hochspringen. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Du musst auch unter das Laser, weil ich nicht Laser und Gel umlenken kann. Ganz einfach. Also. Du musst noch mal runter. Du musst noch mal runter und die Halt für den Laser machen. Hast du deins hier auf der Seite? Dann lass' ich dich hoch durch meine Partei. Jetzt kannst du meine Partei verhören, um hochzukommen. So, jetzt machst du auf der anderen Seite das Portal. Okay, und jetzt Verteil. Aber erst einmal verteil' ich das Gel. Verteil' ich das Gel. Aber nicht auf der Obergang. Probier's nicht auf der Obergang. Ja, klar, klar, klar. Ja, ja, schon klar, schon klar. Weil, weil ich halt mag. Die Hauptsache, überall ist irgendwie etwas, ne? Scheißegal, einfach nur drauf. Aber du, gleich da fehlt was. Genau. Ja, er macht trotzdem überall, also ich mach trotzdem überall. Ja, wie gesagt, da fehlt, wenn du's da nicht hinmachst, dann kommst du ein wenig hoch. Das ist so wichtig. Mach ich, mach ich, mach ich keine Sorge, mach ich. Und trotzdem gerne überall geh hin. Okay, jetzt ist's drauf. Ich fertig. Ich muss noch, ich muss noch ein bisschen anhalten. Jetzt reicht's. Nein! Geh mir wieder drauf, bitte! 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 Jetzt reicht's. Ja, jetzt reicht's. Jetzt hast du wirklich. Oh, ne! Du hast mir alles kaputt gemacht! Meine Gülle, du hast mir alles zerstört! Kannst mir wenigstens den Traum erlässt oder Wo fängt die Let's Play hin? So lange du mir den Traum erlässt, ist mir alles andere egal. Du kannst dich sogar gerne umbringen. Hauptmache, ich kann das Let's Play noch sehen. Echt? Du kannst mir sogar ins Testament schreiben, dass du da sowas von mir erfst, wenn du das tust. Nicht alles, aber vieles. Aber vorher musst du Gothical trainen. Vorher mach ich nämlich gar nichts. Vorher mach ich nichts. Gar nichts. Ich komm erst gar nicht entgegen, wenn du hast Titanas. Vorher nicht. Da kann man eigentlich schon erkennen, wie sehr ich da an dem Spiel hänge, lol. Weil ein normaler Mensch sagt sowas nicht. WTF? Ja. Aber du bist ja auch kein normaler Mensch von dem her. Du brauchst wieder. Ich hab eine Lichtbrücke. Braucht jemand, hallo? Ahm. Und. Ich glaube auch, dass wir eine Person, die irgendwie Lichtbrücken brauchen. Was sind so ein Lichtbrücken? Da brauche ich das denn schon. Hey. Hier ist ein Ball. Ja, hier ist eine Ball, wenn ich auf den Knopf drücke. Was? Kann ich nicht so nehmen? ich habe ihn sogar carbon Schleule Nein, die kannst du nicht, den kannst du nicht, den kannst du nicht, weil da kann man nicht Das sag ich doch so geht es sowieso nicht Das ist ganz anders Du aktivierst den Ball, genau, wir aktivieren den Ball, genau Du lass mal, lass die Lichtbrücke, lass doch auf der Lichtbrücke, nein, du wirst es hinterlassen sollen Neues von den Ball neu was macht von den Ball neu und die Umgebung da war drunter das schlecht aber mach mal hier ein Portal wenn ich bin noch mal hier irgendwie hier er noch ein bisschen tiefer 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 irgendwie möglich aber nicht ganz nach unten aber tiefer auf jeden Fall tiefer tiefer das Portal Lichtbrücke hallo tiefer ja ok das passt rein das ist ein Spiel ja ja noch ein bisschen ok das reicht nein oh Gott klar warum hast du mich nicht gewarnt aber ach ja stimmt wir liegen ja nicht an meinem Leben scheiße ach man liegt hat das Leben ha 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 oh mein Gott das liegt nicht an Menschenleben nur mal so nebenbei weil Adana's ähm wohl ne das sag ich mal nix das wäre zu groß ein Spoiler das wäre ein zu großer Spoiler wenn ich das jetzt sagen würde oh und das ist also so schon sehr vieles Spoiler aber der noch Adama musste jetzt nicht gleich weichen vor allem das muss ich auch ja mal okay überlegt mir was wie es weiter geht nicht ich muss mich auch ach man ja okay das ding war noch eine pause habe ich gedacht so ja stimmt egal bis gleich okay bis gleich ja Vielen Dank. 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 Okay. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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 ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ............ ............ ......... ......... ......... ............ ......... ......... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... Oh, come on. weil er schon zu haben aber es geht auch gut ja die gegenüber 20 moment bei der Welt auch aus wenn ich den Knopf ein ein von hier haben wir doch schon mal aber nicht aber ein Mann er er war noch nicht er ist aber schon so viele Maps gespielt alle sind ja wie alles bekommt bekannt bekommt er hat Das war das nicht. Geh an Margoni, nicht so lange dran. hallo was zum leute verbindungsversuch zum server adamat der spiele server wurde runtergefahren es geht da ab sind auch da ja ach man jetzt geht doch der letzte das weiß ich weil jetzt spielt muss ich werde ich ausgefallen weil damals server ausgegangen ist und jetzt möchte ich keiner mehr da bleiben weil man langweilig ist und ist es ja auch kann ich verstehen definitiv aber trotzdem hei adamat in großschraubetast hey so höchst ich glaube der den falschen sound ausgabe aber ich höre wird den sound das hat aber eine nachricht bekommen hat interessanterweise dabei ist gar nicht mehr da irgendwie gerade mein pc abgestürzt hallo hast du den so schnell neu gestartet ja so viel dazu kann man nicht einmal ruhig stream trotzdem man warum kann er sich außerhalb außerhalb aller jeglichen art von videos passiert ja der welt laufen auf der welt niemand auf dem welt bei mir etwas passiert niemand ist nur niemand das muss ich jetzt einfach mal so sagen das muss jetzt einfach sein das muss jetzt einfach sein sorry aber das muss sein okay jetzt geht es hier besser ja falls ich mal alleine hast du mich dann auch weil das kann man einstellen ich wusste dich dann auch ich wusste ich habe eingestellt dass wenn du gerade streams dann host ich dich automatisch es sei denn ich spiele gerade du meinst wenn ich ähm mit dem gov extreme wird es bei dir auch übertragen richtig aber bei mir siehst du da ich bin ich bin kein mensch im chillen Nix da, 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 hier, nein, 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 nicht auf dieser Erde, nicht auf dieser Erde. Warum runter, für dich. Jetzt zieh mich meine scheiß Einladung an. Ach so. Ja, gleich. Ach man, ich kann... Ich geh mal kurz beidrehen, du kannst dich gefragt, du kannst es los. Ach, wie haben wir es schon gemacht? Falsche, falsche Map, falsche Map, falsche... Ja, ich hatte gerade die geladen, die wir schon gemacht haben, ne, ne, wir müssen eine, wir müssen eine weiter, das war die falsche. Ich hab gerade die geladen, die wir schon gemacht hatten. Ach so. Ich hab gerade gedacht, Helvet. Keine Sorge, mein PC ist nicht schon wieder abgestürzt. Ich dachte schon. So passiert das dann auch nicht. So. Oh ja, ich hab gerade gedacht. Oh ja, ich hab gerade gedacht. ich gehe noch kurz meinen eigenen streams wieder an nur um sicherzustellen dass die noch laufen ja das erst vorher rausgefunden ja moment ich schade auch kurz mein switch mein quitsch account entscheidend wegen dem auto hosting dass man automatisch gehostet wird habe ich erst vorher herausgefunden dass wie das für die wie das ging weil das kann man ja nicht einstellen einfach ich springe um das hat aber drum das hat er mir das steht dir ich springe um das hat er mir drum das hat er mir drum was singst du da ich tue ich habe irgendwas hat irgendwas mit hadamard nicht wahr das ist auch in der sprache ich habe gesagt ich springe um den hadamard rum ich bringe um den hadamard rum ich bringe um den hadamard rum um hadamard rum ich bringe um den hadamard rum irgendwie sowas ja witzig wenn ich mir anhört wie dem auch sei wie dem auch sei ich erzähle nur fakten nur fakten und weißt du mal was das bedeutet ja dass das stimmt denn dann packen hatten alle heute die animo kensin mein halber leid wenn ich mich mit händis im ober Na, he has nothing to do with 3, it's actually 10. Na, bla 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 drücken das so diese schreckwand ok ja drück den knopf drück den knopf wenn du drauf stehst ja schieß nochmal bitte kommt der ball hä wie sie ist es weggegangen wir müssen drücken müssen wir noch mal drücken müssen jetzt schon umsteigen jetzt schon umsteigen muss auf jeden fall den knopf wechseln ja aber das ach so damit es dann nicht okay mach ich ja klar weg ok dünn da springt der ball das doch auch immer springt schadenfroh und freut sich das geht nicht mehr Mann kann ich auch kein Flummi machen ach man ja Flummi ich hab Flummi doch vorsicht Flummi Flummi komm her her komm zu komm zu Halla Maat sei schön brav komm zu Halla Maat ist ah in die andere Richtung an der Richtung genau Richtung du machst doch ein Flummi weil er eventuell wieder da rausfliegt irgendwann was glück NEIN AHAHAH ah man ich hat sich gewarnt trotzdem ich wollte da oben rausfliegen darf ich auch hier abwaschen können wie du sehen kannst ach so ja das rechte das rechte ja diesmal ohne dass du alles kaputt machst wieso ich nur einmal alles kaputt macht die stoffen also er ist aus der gebaut irgendwie keine neu x3 wie kommt der ist da wo? Ich hab den Ball. Da wurde ich ihn einfach genommen. Alles klar. Durch die... Ja, hab ich. Das heißt du auch. Ich dachte, das geht. Ja klar, ich dachte, das geht gar nicht durch die Glaswand. Ah, man muss nur die richtigen Leute wissen. Ne, ja, mit. Was sie ihn brauchen. Weiß er nie, ne? Wir brauchen ihn bestimmt. Wurde schon so schön dargestellt, dass wir ihn mitnehmen können, was du meinst? So richtig schön. Richtig appetitisch. Richtig nice. Also wie du bist. Ah. Okay. Luki, wen haben wir denn hier? Du musst immer von den Türen kurz weg gehen und dann wieder hingehen, damit die funktionieren. Au. Hey, warum bin ich jetzt gestorben dadurch? Ach, weil das dein Ding war. Ach, weil das dein Ding war. Ach, weil das dein Ding war. Und ich wundere mich. Das war deine, deine Tür. Deswegen bin ich daran gestorben. Das ist ja nicht bei mir aufgegangen. Du kommst aber leider nicht mehr hin. Ja, ich komm nicht mehr hin. Der Ball fehlt. Kann ihn dir auch nicht geben, leider. Sorry. Nein. Für immer. Immer allein. Brauchst du mich nicht? Hallo. Danke, mein Freund. Wenn du mich nicht brauchst, ist natürlich gut, aber... Ich brauch's nicht, aber... Ah, hallo. Hey Marvin, komm doch. Kannst du kommen? Wie kann ich... Ich hör's auf. So. Ah ja, tatsächlich. Mau. Das ist hier dazu. Danke. Miau. So. Miau. 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 Ja. Also ihr wisst, entscheidend. Ja. Ja. Mal hörst du. Mal nur schießen. Das muss unbedingt, das muss dir unbedingt machen. Dann geh mal da hoch. Geh mal da hoch. Mal da hoch. Da, mein Freund. Okay. Ich meine, komm. To you again. Danke. Ah, ja, aber da kann ich nur Würfel mitnehmen. Also bring mich. Ach so, du brauchst den Ball. Ja, okay. Ich geh den nicht kurz raus. Du musst mal runtergehen und holt mir den Ball holen. Hier. Hol den Ball. Ich kann nicht. Ah. Trüfte Knopf. Okay, warte. Ich mach, ich mach. So, wir müssen jetzt zu den Knopf rücken. Hey, flieg nicht runter. Da gab's schon wieder eigene Initiative. Hallo. Ja, du musst den Knopf rücken. Ja, ich weiß, aber der... Jetzt. ist es wieder an der Zeit, Dr. Freeman ist, als wären sie gerade angekommen. Dann mach mit dem Portal da drüben, auf der anderen Seite. Und jetzt hier. Und hier an der Wand. Ey, warum? Das ergibt keinen Sinn, Hallermatt. Warum sollte ich das machen? Deswegen, weil wir hier nen Laser haben. Ah. Ja. Also... Es geht in die Kreuzel. Stieb, 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 stieb. Mann, du hast überhaupt keinen Spaß mehr gehabt. Ich hab allen Spaß für mich gehabt. Warum hab ich das getan? Warum war ich so grausam? Na egal. Bin ich das jetzt? Naja. Dann weiß ich bin da jetzt. Ich dachte eher, dass du einen übrig lässt oder so und dann auch mich schießt damit, aber... Äh, das war eigentlich schon netter als du. Äh. Nur sovich bin ich heute nicht. Nur sovich bin ich heute nicht. Wieso nicht? Eigentlich müsste ich besser kennen. Eigentlich müsste du wissen, dass ich nicht so schlimm wäre, dass ich gar nicht so böse bin. Manchmal schon. Nämlich so schlimm, ich bin noch schlimmer. Siehst du? Aber... Aber ich hab's... Ähm... Hab den beendet und zwar... Äh... Bis jetzt. Ich muss... Den Streamberg. Ja. Warum? Weißt du schon, weißt du... Weil ich muss morgen halt wieder zur Ausbildung und so... Blablabla... Du willst jetzt schon gehen? Ach man... Warum? Weil... Weil... Wollen wir cool sind. Jetzt kannst du ja noch Gothic-Lessplane oder willst. Ja, mache ich auch. Lebt wohl. Auf Nimmerwiedersehen. Also du kannst ja... Ich schau dir zu, also wenn du Gothic-Streams... Okay. Ja. Was würdest du tun? Lol. Vielleicht. Ich finde es heraus. Auch stimmt. Ich hab jetzt echt nie irgendwie von dir erwartet, dass du so etwas sagen würdest. Jemals. Irgendwie voll witzig. Ich schau dir vielleicht schon mal vorbei. Vielleicht aber warum nicht. Aber nicht dauerhaft. Das wird wahrscheinlich ziemlich langweilig sein, vermutlich mal. So ziemlich langweilig. Ja, weil du in der Kaffeequell rumlässt und ich... Naja, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen interessant. Ich seh's ja dann. Also dann. Ohloi. Ja, auf Wiedersehen. Ich fett grad auf, dass ich hier... Ach so. So. Okay. Gut. Dann mal schauen, was wir hier tun können. Ich will grad noch was schauen. Irgendwie ist hier das Allard-Web erschoben. Was hat das hier? Für zwei Tipp-Streams Allard nur auf einmal hier. Spieleaufnahme, Minecraft... Stream, B-Stream... Kopfhörer... Hey. So. Dann werd ich mal versuchen, inwiefern das ist gut für mir. So. Also. Ich werd's... Ich werd's erstmal allgemein kurz Gothic testen, um zu schauen, ob Restain das jetzt wieder scha... Äh, ob X wird das jetzt wieder scha... Äh, aber... Also doch. So, ich hoffe, das Bild hier sieht man. Bände gleich. Ich will noch schnell... Oh, Mann. Was ist denn jetzt schon wieder mit X-Splid los? Mann, ich will keinen Schatz, ich will hier das Bild vom Spiel haben. Oh, nee, ne? Reg' mich voll auf. Mann. Hm. Das Problem hatte ich doch vorher nicht. Was ist jetzt mit X-Splid los, wenn's um Gothic geht? Wir wissen das nicht. Mach mir X-Splid das Leben nur so schwer. Sag ich nicht. Mach mir X-Splid das Leben nur so schwer. Das mag ich nicht. Danke für die aufmunternden Worte. Vielleicht soll ich das selber auch mal bei dir sagen. Wenn du gerade dabei das Ding aufzunehmen wolltest. Ich wollte dich nicht mehr auf den Boden der Tatsachen bringen. Ja, ist gut. Du musst dich jetzt auch noch bei mir entschuldigen. Das ist das Klischeehafteste, was du jemals getan hast. Richtig furchtbar, weißt du das? Was? Mach kein Klischee. Alles klar. Na gut. War eigentlich so ein halber. Naja, egal. Also, ich beende den Stream jetzt. Und, äh, ich geh auch. Jetzt. Also dann, ciao. Hast du nicht mehr überhaupt Klischee machen können. Ähm, ciao.